Ja Leute, ich glaube wir hätten sogar schon fast genug um... Wir haben genug. Verkauf Baby Yoda. Ich will eine Taschenlampe haben. Ja, aber wir können leider noch keinen. Keine Sorge mag die Tür hat mich auch traumatisiert. Ich wusste, dass schon irgendwas kommt, aber ich wusste nicht was. Aber... Jetzt können wir einen hier verhalten. Also nachdem Luca jede Runde als erster gestorben ist... Ja, was soll das jetzt heißen? Nee, so nicht. Ah, das ist der Skin. Was ein Goofy hat sie. Ach komm, jetzt gehen wir alle rein. Komm, es wird ja wohl kein... Eigentlich lohnt es sich nicht beim Piff zu bleiben. Eigentlich lohnt es sich, wenn wir kein Walkie Talkie haben beim Piff zu bleiben. Sonst kann der einem ja keine Anweisung geben. Es stimmt, da werden ja schon nicht alle sterben. Oh nee, ich sehe ja absolut gar nicht. Ich weiß es nämlich auswendig. Also der Weg ist es nicht so komplex. Folge der Musik Leute, Folge der Musik. So, mach rein mit dir in den Spaß. Ob der existiert, wenn der bei dir in der Nähe ist. Ich hab dich auch nicht gesehen. Ich will hier weg. Ich habe irgendeine Puppe gefunden. Ja, mit dem Loot. Bei mir ist der Kern. Also stopp, bevor wir jetzt den Kern raus tun. Wenn der Kern rausgekommen wird, dann spawnen in den zwei Monster. Okay. Ich hab den Kern rausgenommen. Okay, wir gehen. Wo geht es hier raus? So. Und weg. Eine erfolgreiche Mission. Wir waren alle sehr, sehr hilfreich. Wir waren es immer noch. Ich verstehe. Ich verstehe. Ja, stimmt. Komm, Luca, geh vor. Ist ja nichts. Doch, doch. Muss man nur verkaufen. Oh, wir sind reich. So. Er hat schon wieder auf die Pfingel geduld. Chilling. Sieht aber nicht nach Geld aus. Oh shit. Noch mal Zeug zum Bekaufen, ja? Oh, das ist ja ausgejobbt, Leute. Komm mal her. Wir gehen jetzt weiter. Wir gehen weiter. Ligger, Max. Hör auf. Das ist fucked up. Das ist eigentlich. Ach, komm mal. Ligger, Max stirbt als erstes. Ach, Master Chief. Ich dachte, Master Chef. Oh, Mann. Ich dachte, ich kriege so ne Kopfnitzel. Ja. Der nur an Essen denkende. Wo wählt man andere Sachen aus? Das ist ja ein Junge. Das ist mir zu viel. Ich bin über etwas von überfordert. Das überfordert mich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das eine Psychose? Wer findet ihr den hier? Was ist das? Was ist das eine Psychose? Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie es das ist. Ich verstehe gar nichts mehr. Sein Fleisch. Das ist alles drin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warte, passt das so gut zu Lennart. Los gehts, meine Kinder. Los gehts, meine Kinder. So, Marc, komm rein mit dir. So, abfliegen, Leute, abfliegen. Nicht rein. Der andere hat scheiße gesagt, ich bin wieder gegangen. Lennart, nein! Warte, wo man da drin war, ich geh da nicht noch mal rein. Ich wills aussehen. Ich nicht. Was war da, Lennart? Berichte. Was war da, Marc? Berichte. Was machen wir jetzt? Was ist da? Lass einfach reingehen und nicht reden. Und einfach nach rechts weitergehen. Ich finde gut, dass die andere gesagt nicht reden und als erstes sagt, oh, oh. Dann gehen wir jetzt einfach alle nach rechts, okay? In fire, ey. Was ist das? Was ist das? Was ist das Spiel, ey? Ich bin critical injured. Danke, Le. Danke. Warum sind das so viele? Ne, Leute, das ist dumm, dass es so viele Viecher treten. Wir müssen einen anderen Eingang finden. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Wo ist der Grimmy? Danke, so der Behinderte, der mit zur Arbeit durfte. Kinder, wo geht's lang? Ich weiß, doch. Einfach Luca, der weiß, wo's lang geht. Was soll schief gehen? Das sieht falsch aus. Andere redet. Wir müssen irgendeinen Seiteneingang finden. Hauern, dann geht's halt im Reinen. Du das nur vergessen. Seidens. Seidens. Aber warum kann man nicht dauer sprinten? Ich weiß, Luca, einen Schlaganfall. Ich weiß nicht, wie wir da hochkommen. Scheiß Fortnite, die. Die Boots, Digga. Ich hab' noch niemand. Ich kann nicht. Das ist einfach ins Schiff gehören und andere arbeiten lassen. Okay, over. Was ist los? Du hast aber okay over gesagt. Weil ich mein' wir müssen doch mit den Dingern arbeiten. Ja, aber ist einfach nur okay over gesagt oder? Wo ist das schön? Ein erfolgreicher Arbeitstag. So, ab. Ab wieder rein. Jetzt ein Bier. Genügend gearbeitet heute. Ich bin angeschießen, das reicht heute. Sie wartet auf mich. Los, weg hier, weg hier. Wir opfern ihn. Wir sind endlich losgeworden. Eine abgedragene Schuld an der Gesellschaft später. Oh oh. Ähm. Ich hab' geschissenes Wetter. Naja, alles gut. Kann sein, dass sehr viele Monster draußen rumlaufen. Nein, nein. Daran glaub ich nicht. Es gibt keine Monster. Oh. Äh. Ich glaube nicht an Monster. Alles gut. Ich glaube, wir haben einen verloren. Ich glaube, wir haben Verluste erlitten. Ähm. Ich bin wieder weg. Ah. Hehehe. Hehehe. H-h-h-h-h-h-h-h-h! So, wenn wir jetzt den Loot von Laird nehmen, dann haben wir zumindest gewinnen heute ja gemacht. Sehr gut, sehr gut. H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h. Digga, wir sind so tot, Alter. Warte, wir müssen auch auf einen anderen Mond. Ist das alles dämlich? Keine Psychose. Da wollen wir alle Gräkland Style zusammen machen. Warte, warte. Wo ist das? Gräkland Style will ich auch, die Legende. Was ist Gräkland Style? Patscherskinder für Mark. Digga, ist das alles krank? Los geht's, Gräkland Style. Los geht's, Gräkland Style! Der Gangnam Style Squad. Oh, jetzt der Drop. Ja, schnell den VC lauter machen! Ich will den Headbang nebenbei, Leute. Ich wusste nicht, dass du so sassy da stöhnt. Ach. Grem kannst. Nicht runterfallen. Hier ist Kurt Garner. Wo fahren wir jetzt? Wir bleiben hier. Nein, leider. Ist das alles krank. Alter, das ist kein Schild, nein. Ich hab ja wenigstens hier drin, damit er aufhört. Ey, da ist ein Geschütz. Ist das alles krank. Also ich würde nur sagen, der Elite, der mit der Umlauf, der wird wahrscheinlich schon ein Monster getroffen. Oh ja, der Druf wieder. Ja. Das ist schon ein Banger. Ich hab ein Bierkarten. Ich hab ein Gitter. Oh Gott. Das ist ein Geschütz. Wir nehmen hier Geräusche. Was war das? Digga, warum ist das so laut? Was ist das für ein Zaun? Du musst looten. Was magst du? Was ist das für ein Zaun? Was ist das für ein Zaun? Was magst du? Dich. Geschützt. Geschützt. Das ist ein Bierkarten. Das ist eine Sackgasse, Leute. Das ist eine Sackgasse, Leute. Was ist das für ein Zaun? Dieser Ehrenloser. Ich stech den ab. Ich stech den ab, diesen Ehrenlosen. Ach, Mann. Wir gehen. Nützen dich einfach als lebendes Schutzschild. Dieser Ehrenlose. Du hast ihn umgebracht. Dieser Ehrenlose Tricke, gell? Ja. Du hast ja gestorben. André ist wahrscheinlich auch tot. Mark wurde von André umgebracht. Und Louis wurde kalt und ich von dir erschossen. Wahrscheinlich nur noch einen Tag. Wir müssen eigentlich jetzt genug finden, um uns das zu verkaufen. Ich hab Metallgitter und Bierkasten. Zurecht verdient, Luca. Verdient. Du Ehrenloser. Ja. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Ach, Mann. Wie geil. Ähm. Aber lieber gegen... Lieber von so einem Ding erschossen werden, als von einem Drecks wie ich. Ja, ähm. Wird erschossen. Wird erschossen. Ich wollte schauen, was mit Luca passiert. Das wird hervend. So, dann lass mal zahlen, Leute. Wir zahlen, ja. Wir können... Wir können alle umbringen. Und einer verkauft wir dann alle. Dann haben wir genug. Haben wir dann? Ja, mehr haben wir nicht. Lass nur Mark verkaufen gehen. Glaub einfach, was soll das für mich? Wir zeigen uns den Dance-Move. Ja. Guck mal, Freunde. Ich kann einfach stehen hier. Da können die gar nicht rein sein. Was ist das denn? Er zeigt gut. Komm, wir gehen jetzt noch mal runter und dann sterben wir einfach alle. Ja. Der Soundtrack zum Sterben. Komm, wir kommen rein. In Reihe und Glied. Ein frischer neuer Tag. Wir lachen in den Tod. Ich weiß nicht, wo lang. Wir begleiten dich, Anze. Oh, wohin du gehst. Das ist eine musikalische Begleitung für dich. Das erste und letzte Mal das Handeln, das wir durchführen. Wir können auch, Leute. Wir können auch, Leute. Wir können auch. Ich hau ab. Es gibt kein Entkommen. Ah, zack. Egal, was das ist. Einfach rein, Leute. Ins Verdärm, Leute. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Oh, nee. Ich hab ein Glas voll roten. Oh Gott. Ich hab ein Glas voll roten. Voll roten. Der Ansicht kriegt so ne Psychose von uns. Der kann uns nicht alle erschlagen. Oh. Er soll jetzt schon mal. Was? Will die was? Ich hab mich vor. Oh. Oh. Diese Todesschrei. Ja. Ich hab mich jetzt nicht gut. Okay. Es hat sich ausgedanced, wie ein. Okay. Okay. Na? Schau mal aus. Was ist das Licht, glaubst? Ich bin mir. Ich bin mir. Ich bin mir. Ich bin mir. down. Ich bin mir. Ich hab andereettschroberge. Das ist eine Tile. Ja, ich hab ne TK. Ich hab immer noch meine Gurten dabei. Wo ist der Ausgang? Keine Arme mehr. Aber wir müssen noch mehr finden. Alter, Max! Was? Was ist los? Hey, wer ist ein Bierkasten? Ey, das ist Fire-Exit, Leute. Wolltet ihr mal testen? Ja, wenn legt der vorab, Lennart. Okay. Sind die richtige Fire-Exit? Ja! Okay, ab geht's. Wenn ihr jetzt wieder alles gut ist, dann... Ich wollt grad sagen. Du darfst es nicht vergessen. Das ist der Siegesmarsch! Oh, steht los! Oh, der hat irgendwas gefunden. Da war grad dieses Fisch, was auf Geräusche reagiert. Wir reagieren jetzt auch auf Modes? Denke mal, ja. Ähm... Leute, uns fehlen 6 Coins fürs Quota. Wir müssen noch mal rein. Ihr macht das schon, Leute. André, komm, wir müssen gehen. Guck mal, ein Glas aufräumen. Guck mal, wie gut die Gurten da reinpassen. Und nicht gleich ein riesiger Kürbis. Hinten, weiter hinten. Ich hab was gesehen. Da läuft was, da läuft was. Fresse. Oh mein Gott, das ist sehr riesig. Sieht aus wie ein Furry. Ist das Lennart? Ich hab das Gefühl, wenn es dunkel wird, kommt noch mehr Monster. Steckt mich in der Ecke. Ich hab irgendwas gehört. Hallo? Hinten. Pssst. Was ist da? Hilf. Was ist mein Kopf so groß? Mit ihr? Ja. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. 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 In den Schrank mit ihr. Hallo? Nein, nein. Ich hab das schon wegfliegen. Du Arsch. Digga, André hat fast das Comeback des Ehlers gemacht. Alter. Habt ihr das gehört? Ich hab nicht gehört. Ich hab nicht gehört. Digga, Marc hat so geschrien, wie er gedanzt hat. Hui. Ich hab nicht gehört auf meinen Fortnite-Song. Haha. Haha.